In Mexiko hat die Regierungskandidatin Schoenbaum die Präsidentenwahl offiziellen Hochrechnungen zufolge gewonnen. Nach Angaben der Wahlbehörde erhielt sie zwischen 58,3 und 60,7 Prozent der Stimmen. Demnach setzte sich Schoenbaum gegen die Oppositionskandidatin Galvez durch. Sie wird voraussichtlich die erste Präsidentin des Landes. Nach dem Wahlkampf war auch die Stimmabgabe von Gewalt geprägt. Nach Berichten kamen mindestens zwei Menschen bei Vorfällen vor Wahllokalen ums Leben. Unsere Korrespondentin Marie-Christin Böse ist in Mexiko-Stadt. Claudia Schoenbaum hat also gewonnen. Wie ist denn die Stimmung in Mexiko-Stadt? Auf dem zentralen Platz in Mexiko-Stadt, dem sogenannten Sokalo, haben sich am Abend Tausende versammelt, um Claudia Schoenbaum zu feiern. Als dann klar war, dass sie uneinholbar vorne liegt, brach natürlich auch Jubel aus. Denn überwiegend hatten sich dort eben ihre Anhänger versammelt mit Fahnen. Ganze Familien waren dort mit Fahnen, auf denen stand Presidenta. Denn Claudia Scheinbaum wird nun wohl die erste Präsidentin Mexikos werden. Sie hat sich dann erst aus der Parteizentrale an die Menschen im Land gewandt, wurde per Video zugeschaltet auf den Sokalo. Sie hat versprochen, eine Regierung ohne Korruption, eine ehrliche Regierung, also ein großes Versprechen gemacht. Sie hat auch Kontinuität versprochen in bestimmten Themenfeldern, wie zum Beispiel der Sozialpolitik, aber auch der Sparpolitik. Und die Menschen haben ihr zugejubelt und sie dann auch später auf dem Sokalo nach selber persönlich empfangen und gefeiert. Wer ist denn diese gelernte Physikerin Claudia Schoenbaum? Wofür steht sie? Claudia Schoenbaum ist 61 Jahre alt. Sie war zuvor bis 2013 fünf Jahre lang regierende Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, hat also Regierungserfahrung hier in der Großstadt. Sie gilt als Vertraute des scheidenden Präsidenten López Obrador und auch als seine Wunschkandidatin. Das wird ihr auch immer ein bisschen vorgeworfen. Man sagt immer, sie sei von ihm abhängig. Ihr Fehle ist ein Stück weit ein Charisma. Aber sie gilt eben auch als sehr kompetente, als sehr effiziente Politikerin. Und vielleicht ist das durchaus auch etwas, was Mexiko jetzt auch brauchen könnte. Sie wird im Großen und Ganzen, das hat sie auch angekündigt, die Linie ihres Vorgängers López Obrador fortführen. Vor allem in der Sozialpolitik, die sehr erfolgreich war und die die Partei Morena auch sehr beliebt macht. López Obrador hatte zum Beispiel den Mindestlohn deutlich erhöht. Er hatte eine Grundrente eingeführt. Er hatte Hilfen für Alleinerziehende eingeführt. Und da will Scheinbaum eben weitermachen, diese Sozialprogramme beibehalten. Sie wird aber eigene Akzente setzen müssen und auch wahrscheinlich wollen bei der Sicherheitspolitik. Letztendlich hat der Plan von López Obrador, ihrem Vorgänger, nicht so gut funktioniert, mit der Armut auch gleich die Kriminalität bekämpfen zu wollen. Die Mordrate ist auf einem weiterhin sehr hohen Level in Mexiko. Und da wird Scheinbaum sicherlich eigene Akzente setzen. Sie ist zudem Klimawissenschaftlerin. Auch das für Mexiko jetzt eher eine gute Nachricht, denn das Land ist durchaus stark vom Klimawandel betroffen. Du hast es genannt, Armut, Kriminalität. Was sind denn die größten Probleme, die Scheinbaum anpacken muss? Sind es diese? Ja, das größte Problem ist die organisierte Kriminalität. Das hat sich auch im Wahlkampf gezeigt. Mehr als 30 Kandidatinnen und Kandidaten wurden im Wahlkampf ermordet. Oft wahrscheinlich vom organisierten Verbrechen. Und da muss Scheinbaum natürlich ran. Letztendlich waren das vor allem Lokalpolitiker, die da ermordet wurden. Denn die Kartelle versuchen eben auf lokaler Ebene Zugang zum Staat zu bekommen und auch mit den Politikern zu verhandeln. Das wird eine Mammutaufgabe natürlich. Die kann man wahrscheinlich auch in sechs Jahren Amtszeit gar nicht lösen. Aber die Aufgabe wird eben sein, für Scheinbaum die Folgen für die Zivilgesellschaft zu reduzieren. Also die Mordrate nach unten zu bringen. Dann, klar, Armut, Ungleichheit sind riesige Themen in Mexiko, an die sie ran muss. Der Klimawandel, habe ich erwähnt. Mexiko-Stadt hat ein riesiges Problem mit Wasser. Droht quasi bald auf dem Trockenen zu sitzen, wenn man da nicht rangeht. Das liegt einerseits an schweren Dürren, aber auch an der maroden Infrastruktur. Und dann gibt es natürlich noch das Thema Migration, das Mexiko umtreibt. Also hier ziehen ja lehrlich Hunderttausende Migranten Richtung Norden, Richtung USA. Viele bleiben in Mexiko hängen, wollen hier arbeiten, nutzen die Infrastruktur. Scheinbaum hat klar gemacht, dass sie da einen Dialog auf Augenhöhe mit den USA will. Dass sie wahrscheinlich auch Hilfen fordern wird für Mexiko, für die Länder, die Migranten auffangen. Aber eben auch Investitionen in den Ländern, aus denen die Migranten kommen. Also quasi das Problem nachhaltig zu lösen. Und es wird wahrscheinlich ein bisschen davon abhängen, auch wer dann im November ins Weiße Haus gewählt wird. Also ob sie als Gegenüber George Biden oder Donald Trump haben wird. Mexiko hat also erstmals eine Präsidentin. Das gilt als wichtiges Symbol in einem Land, in dem es regelmäßig zu Vorfällen von teils massiver Gewalt gegen Frauen kommt. Im Schnitt werden in Mexiko jeden Tag elf Frauen umgebracht. Was kann Scheinbaum denn tun, um diese Gewalt in den Griff zu bekommen? Ja, das ist auch so ein Mammut-Thema und wird wahrscheinlich ganz schwierig für sie. Also letztendlich ist es erstmal für die Frauenbewegung, für die Feministinnen hier im Land, das haben wir auch oft gehört, ein tolles Signal, ein Symbol, dass erstmals eine Frau Präsidentin wird. Aber die Frauen machen sich hier auch keine Illusionen. Also sie wissen auch, dass Scheinbaum nicht über Nacht alles ändern wird, vielleicht auch gar nicht will und auch nicht kann, weil natürlich die Strukturen in Politik und Justiz erstmal so bleiben, wie sie sind. Scheinbaum hat einige Vorschläge gemacht, zum Beispiel, dass man einen Mord an einer Frau automatisch als Femizid erstmal einstuft. Das ermöglicht ein höheres Strafmaß, etwas genauere Ermittlungen. Das wäre ein kleiner Fortschritt, aber würde natürlich auch das grundsätzliche Problem nicht lösen. Also man muss sagen, wahrscheinlich wird sich so viel für die Frauen leider gar nicht ändern. Sie hoffen natürlich ein bisschen auf eine sensiblere, auf eine aufmerksamere Regierung. Aber wahrscheinlich wird natürlich die Figur Scheinbaum auch erstmal als Frau symbolisch bleiben. Aus Mexikostadt waren das Informationen von Marie-Christin Böse. Vielen Dank. Vielen Dank.